Willkommen nun zu Destinys, die Slideshow. Ja, ich habe es endlich geschafft, alle Miniaturen zu bemalen. Es hat auch länger gedauert als gedacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich so ein bisschen gehypt und dachte mir so, in zwei Wochen bin ich fertig und dann habe ich echt einen ganzen Monat dafür gebraucht, denn für jede Miniatur brauchte ich in etwa eine Stunde. Ja, nun habe ich dann dienstags immer vier Miniaturen fertig bemalt und ihr seht jetzt das Endresultat. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich habe gestern Rollenspielabend gehabt und Rollenspieltag und ganz viel gesprochen und Allergie ist auch noch da. Also wenn irgendwie meine Nase etwas läuft, dann tut es mir leid, aber wir beginnen jetzt und das hier, was ihr jetzt seht, sind unsere Helden. Ich habe leider das nicht geschafft, immer die Ränder noch fertig zu malen. Die würde ich jetzt schwarz malen. Also falls euch das jetzt auffällt und ihr sagt, oh mein Gott, die sind ja überhaupt gar nicht fertig. Ja, ihr habt vollkommen recht. Ich will auch gar kein Gras drauf machen, weil die Miniaturen wirklich klein sind und dieses kleine Detail kann halt echt dazu führen, dass man die Hälfte der Mini nicht sieht. Und vor allem Grünzeug macht es nicht unbedingt schöner, sondern ich möchte hier, dass auf den Karten, wenn die Miniaturen auf den Karten stehen, dass man auch noch die Karten sieht und wirklich die Miniatur im Vordergrund ist und nichts anderes. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Helden, die man nun von Kapitel zu Kapitel dann auswählen darf, ich finde die echt cool, weil man weiß nicht so wirklich, was im nächsten Kapitel für Charaktere auftauchen, die man auswählen kann. Da darf man sich einen aussuchen davon und wenn man das nochmal spielen würde, das Kapitel, kann man sich halt auch einen ganz normalen, also einen anderen Helden aussuchen, der natürlich ganz andere Fähigkeiten hat und auch ganz andere Ziele verfolgen kann als sein Held, den man beim letzten Mal gespielt hat. Tja, das sind so die ersten. Ihr seht, es sind fünf Miniaturen. Ich möchte euch auch gleich mal zeigen, was so oder wie groß so eine Miniatur eigentlich aussieht. Und hier sieht man jetzt als Vergleich die Münze, also die Figuren sind ein Stückchen größer als eine 10-Cent-Münze und das ist schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, also ich fand Destinies überhaupt gar kein wirklich relevantes Brettspiel. Ich hatte einfach nur Bock auf die Minis, denn es gibt ja das John-Dark-Universum und da habe ich einfach Bock drauf, dass da mal die deutsche Version rauskommt von der Spieleschmiede, weil ich da wirklich Bock drauf habe, weil es ein Tabletop ist und mit diesen kleinen Miniaturen kann man dort wirklich richtig krasse Schlachten schlagen. Ja, aber wie gesagt, hier haben wir nun die verschiedenen Helden, die auch wirklich anders angemalt sind. Man muss leider dazu sagen, wenn ihr sie wirklich originalgetreu haben wollt, nehmt euch immer die Karten und packt die dazu, weil es kann echt passieren, so wie bei mir, dass dann halt die Haarfarbe nicht stimmt und dadurch ist man vielleicht dann irritiert, aber ich hoffe, dass, also nee, ich hoffe nicht, ich habe es einfach so gemacht, weil ich halt meistens so male, wie ich Bock habe und wie es mir am besten dazu passt mit der Miniatur und deswegen habe ich die halt auch so angemalt und ich muss ganz ehrlich sagen, die sehen halt dadurch so unterschiedlich aus. Ich mag auch den in der Mitte, den Waldläufer mit seiner dicken Axt, dieses grimmige Gesicht und habe mich da wirklich schön ausgelassen an den Sachen, die er dabei hat und das macht einfach unglaublich viel Spaß, diese Miniaturen zu bemalen, also auch wirklich die Charaktere, die halt hier diesen Höfling oder diesen Adligen hier vorne mit seiner merkwürdigen Mütze, das ist schon ziemlich cool, für diesen Maßstab vor allem sehr genau, also wirklich sehr genial modelliert, sehr genau und das macht auch Spaß, die Gesichter anzumalen, also richtig cool. Ja, hier nun die letzten fünf, also insgesamt gibt es 15 Helden, die wir spielen können und wir haben auch noch nicht alle Szenarien durchgespielt, dementsprechend kann ich euch noch gar nicht sagen, wen es so zur Auswahl gibt oder ob die App das wirklich neu generiert, das glaube ich aber nicht. Ich glaube immer für Szenarien sind die Einzelnen dann fertig, also so, dass man dann halt wirklich sagen kann, okay, die drei kann ich dann halt nutzen, wer nimmt wen und ja, ich finde es einfach echt eine ganz coole Sache hier, wirklich mit den Farben auch zu spielen, der Typ hier, wo Rauch rauskommt aus seinem Kessel, der hat mir auch viel Spaß gemacht, obwohl ich am Anfang von der Modellage überhaupt nicht begeistert war, weil ich nicht wusste, was macht denn der Typ da, das sieht so merkwürdig aus, warum sind da so ne komischen Bubbels da oben drauf. Ja, und die habe ich dann halt aber erstmal wie Rauch angemalt und dann sieht man auch, ja, das passt. Tja, so sind diese Charaktere natürlich dann entstanden und irgendwie hat jeder Charakter auch so seine Wesenzüge und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr jetzt auch Rollenspieler seid oder so, könnt ihr diese Charaktere natürlich auch unglaublich gut benutzen, denn sie haben so einen kleinen Maßstab, dass ihr halt wirklich auf Baupläne, Bodenpläne, ausgedruckte Häuser, Sachen, diese Miniaturen verwenden könnt für die entsprechenden Charaktere. Natürlich werden sie jetzt nicht eins zu eins den Spielcharakteren entsprechen, aber nichtsdestotrotz hat man hier unglaublich schöne kleine Miniaturen, wo man wirklich toll agieren kann auf dem Brett und ohne, dass man jetzt riesige Miniaturen anmalen muss, sondern eigentlich relativ fix fertig ist. Also mir gefallen sie wirklich sehr gut. Ich muss auch sagen, das Spielsystem gefällt mir von Destinys richtig gut und deswegen ist das halt auch ein sehr gelungenes Spiel mit viel Abwechslung, viele verschiedene Charaktere, die halt fürs Rollenspiel auch eigentlich ziemlich cool sind. Ich überlege mal, ob ich das für Hexen 1733 auch einsetze, weil mir das eigentlich ziemlich gut gefällt, dass dieser Maßstab so klein ist. Zur Abwechslung kommen wir nun zu einem Charakter, wo ich gar nicht so wirklich sagen kann, was der hier treibt oder was der hier macht. Ich kann nur sagen, der ist auch gar nicht richtig fertig, wo ich jetzt hier hinter der Kamera sitze, weil irgendwie habe ich die Hautfarbe vergessen. Müsst doch mal darauf achten, ich glaube, ich habe die Hände vergessen anzumalen. Unglaublich. Na ja, da werde ich mich nochmal ransetzen, also direkt nach dem Video noch ein bisschen Hautfarbe malen. Aber ansonsten ist die fertig. Das war eine der ersten Miniaturen, die ich fertig gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich fand das schon alleine mit den Bürsten sehr cool. Und dann wollte ich diesen Mantel da anmalen, den ich einfach wirklich ein bisschen gehighlighted habe. Also es sind keine 17 Farbschichten drauf. Und trotzdem finde ich, wirkt diese Miniatur so unglaublich heroisch mit diesem Kessel da oben oder beziehungsweise mit dem Kelch. Und diesen Kelch, ich weiß gar nicht, ob. Die Kamera das so einfangen kann, da habe ich dann wirklich erstmal mit Weiß oben das grundiert, damit diese helle Leuchtfarbe oder dieses helle Gelb dann überhaupt entstehen kann. Weil das sollte schon wirklich strahlend sein und das hat die Figur auch verdient und es wird auch so eingefangen, finde ich. Also von daher, ich freue mich, wenn die auftaucht. Ich bin gespannt, was sie macht und was wir eigentlich tun sollen, um sie zu bekämpfen, wenn wir sie bekämpfen müssen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Monster. Ihr seht, das ist wirklich klein, also natürlich ein bisschen größer als die normalen Charaktere. Aber ich wusste nicht so richtig, was das sein soll. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Dämon oder so, ein gehörter. Ich glaube, in dem einen Szenario, da haben wir dann halt wirklich irgendwas mit Ratten gehabt oder so. Und er war so der Rattenkönig. Ich weiß nicht, ob der so als NSC genommen wird für alles, was so ein bisschen unerklärlich ist. Das kann ich euch nicht sagen, aber ich fand ihn trotzdem von der Modellage sehr cool. Und vor allem schaut euch genau den Bauch an. Da werde ich stoppen. Was kommt da raus? Was ist das? Ja, ihr seht es. Irgendwie eine Zunge. Es sind Zähne direkt im Bauchraum. Und das ist schon ziemlich nice. Also ich kann ja nice nicht leiden, aber das ist einfach richtig cooler Tobak. Denn so ein Modell hätte ich jetzt nicht vermutet, dass da irgendwie so Zähne oder so dran sind. Ja, sehr cooles. Coole Miniatur auf jeden Fall. Ja, kommen wir nun zum Werwolf, den ihr schon kennt, wenn ihr das Video Let's Paint Destinies angeschaut habt. Da habe ich ihn bemalt. Ich wollte ja unbedingt einen Charakter haben, der jetzt nicht verschwindet auf den Karten. Denn die liegen ja aus, wo wir uns dann hinbewegen können. Und da habe ich einfach gedacht, ich habe so einen Bock, einen Werwolf zu malen, der halt auch so ein bisschen heller ist. Also weißes Fell und dann halt so ein bisschen düsteren Look von der Hautfarbe. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir das so richtig gut gefällt. Weil auf dem Spielbrett, auf dem sogenannten dann, geht der nicht verloren. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, er ist dann halt wirklich ein Eyecatcher. Aber nicht in dem Fall, dass er jetzt glüht wie sonst was. Nein, er hat auch so eine enorm coole Pose. Also ich finde immer, der sieht so ein bisschen aus, als würde er beobachten. Und wenn er jetzt das richtige Opfer gefunden hat, dann springt er von diesem Felsen und holt sich seine Mahlzeit. Und deswegen das Rot auch im Gesicht. Er hat schon gegessen. Ja, er ist schon fertig und wartet nur noch darauf, die nächste Mahlzeit zu sich zu nehmen. Denn der nächste Vollmond ist ja erst in einem Monat. Ja, hier nun zu den Ratten. Ein Rattenschwarm ist immer so eine Sache, die man eigentlich glaubt, recht schnell bemalen zu können. Und dann denkt man sich so, ja, aber ich kann die ja nicht alle nur braun malen. Ich muss ja vielleicht auch mal welche grau oder schwarz malen. Und dann sieht man oder denkt man sich so, oh, ey, so viel Arbeit. Nein, das macht nicht so viel Arbeit, wenn ihr auch nicht so unglaublich genau arbeiten wollt. Was ich hier auch bei diesem Modell einfach sagen muss, macht das auch. Weil natürlich sieht es ganz cool aus, wenn ihr ja jede einzelne Figur oder beziehungsweise Ratte dann extra bemalt. Aber ganz ehrlich, ihr müsst es nicht machen. Denn eins ist ganz klar, es ist halt ein Modell, wo einfach richtig viele Ratten übereinander rennen. Und dieses Gewusel, das sieht man halt dadurch auch sehr gut, dass es halt einfach eine Masse von vielen verschiedenen sind. Aber nicht jede Ratte ist individuell hier zu sehen, sondern es ist ein Rattenschwarm. Und die sehen halt einfach aus wie eine Welle. Also bürstet darüber, bemalt ein paar Sachen ordentlich an und dann sieht es eigentlich auch schon ganz cool aus. Und ich glaube, das reicht auch, wenn dieser Rattenschwarm auftaucht. Denn ja, es ist halt nur ein Rattenschwarm. Jetzt kommen wir nochmal zu fünf weiteren Miniaturen, die vielleicht alle NSCs sind. Ich kann euch das gar nicht wirklich sagen, weil es gibt ja auch den Spielmodus 2 gegen 2. Das könnte also möglich sein, dass es halt auch hier Charaktere wieder gibt, die dann dort auftauchen. Vielleicht sind es auch Charaktere, die man spielen kann in der Erweiterung. Das kann ich euch auch nicht sagen, weil die Erweiterung haben wir noch nicht gespielt, weil wir mit Destinys auch noch nicht durch sind. Ja, das liegt einfach daran, wenn man so viele Spiele hat, spielt man halt ein Spiel nicht durch. Aber ansonsten kann ich euch nur empfehlen, spielt Destiny, denn es ist ja eine Kampagne, die man dann anfängt, wenn man das erste Szenario durchgespielt hat. Dann kann man halt eine Kampagne starten. Und ich hoffe ja, dass es alles miteinander irgendwie verwoben ist, wie bei einem echten coolen Rollenspiel, dass man denkt so, wow, wir haben den Rattenschwarm nicht bekämpft und jetzt haben wir hier die Seuche, weil wir das nicht getan haben. Denn jede Entscheidung bei dem Spiel, die macht ja etwas in der Zukunft von unserem Charakter und lässt natürlich auch beim Endgegner uns die Sachen machen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Hier haben wir nun diese ganzen Charaktere, die vielleicht auftauchen, aber es gibt natürlich Charaktere, die als NSCs herhalten und die man dann irgendwo raufpacken muss. Und deswegen hier vorne haben wir natürlich den Alchemisten und wir haben auch, ich weiß gar nicht, wer das hier war, keine Ahnung, ich glaube hier diese von den Roma und Sinti sozusagen, die Hexen oder Mystikerin. Dann haben wir hier den Schmied auf jeden Fall, der war auch schon mal da, den Bettler. Aber nur in der Mitte, die junge Lady, die ist noch nicht aufgetaucht. Da sind wir mal gespannt, wann die auftritt und was die so macht oder was die eigentlich von einem will und womit wir ihr dienlich sein können in dem unglaublich coolen Spiel Destinys. Ja, das sind auch nochmal die allerletzten fünf Charaktere, NSCs, wie auch immer, die man hier hat. Und wir haben oder ich habe hier bei diesem Skelett auf jeden Fall noch ein bisschen Rosteffekt drauf gemalt. Den Priester fand ich unglaublich schön und wollte ihn unbedingt hell malen oder den Kardinal oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Vielleicht ist er auch ein Inquisitor. Aber die Lady ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die mag ich auch wirklich gerne mit ihrem Kopf, also mit diesem Hut, den sie dort auf hat oder wie auch immer. Ich mochte das einfach und wollte das halt auch in diesem Blauton halten, damit es zum Kleid passt. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Mir hat es echt unglaublich viel Spaß gemacht, die Miniatur zu machen. Ich bin auch unglaublich froh, dass wir noch eine Erweiterung haben. Wir werden wahrscheinlich auch noch eine Erweiterung kaufen dann später. Aber ich bin erst mal froh, dass ich die dann halt auch rundieren kann und bemalen kann, damit sie dann einsatzfähig sind. Weil diese kleinen Miniaturen zu bemalen, das hat schon echt unglaublich viel Spaß gemacht. Also muss man halt sich überlegen. Die Box ist gar nicht so teuer, wie man glaubt. 45 Euro, glaube ich, war die Box jetzt so 50 Euro maximal. Und dafür bekommt man echt eine Menge Miniaturen, auch wenn sie natürlich im kleinen Maßstab sind. So hat man aber vielleicht die Möglichkeit, bei einem Rollenspielarm doch nochmal Charaktere auf den Tisch zu packen, die man hier in der Box hat. Und wo man einfach sagen kann, ich habe eine optische Unterstützung, um beim Rollenspiel richtig cool was hinzustellen. Da habe ich mir auch Zeit genommen, sie zu bewahlen. Und dann geht das ganze Spiel auch los. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre man mitten im Geschehen. Ja, der Priester, ich bin gespannt. Wir hatten den als NSC schon mal und der kann schon nicht so nett sein. Kommen wir nun zu meinem Lieblingscharakter. Ich weiß nicht, wann er auftaucht. Ich hoffe bald. Ich mag den wirklich sehr gut. Also die Modellage ist hier unglaublich cool. Flügel aus dem Rücken. Ja, man hätte jetzt natürlich auch sagen können, warum hat er die nicht als Engel gemalt? Da hätte man ja weiße Flügel machen können. Ja, hat er natürlich total recht, aber ich hatte gar keine Lust darauf. Ich wollte irgendwie was Besonderes draus machen. Und dann hatte ich dieses Lila noch übrig. Das war ja das Problem mit der Grundierung. Es gab ja unglaublich lange keine Grundierung. Jetzt habe ich ja endlich meine Schwarzgrundierung, die ich gerne verwende von Games Workshop. Und die gab es ja eine ganze Zeit lang nicht, deswegen habe ich dann einfach Lila grundiert. Und kam dann auf die Idee, Mensch, wenn es schon Lila grundiert ist, dann mach doch einfach mal, dass die Flügel auch so einen Lila-Touch haben. Ja, dann ein bisschen mit Blau rübergebürstet und mit ein bisschen Weiß. Das kann man bei so kleinen Miniaturen auch richtig gut machen. Das fällt gar nicht so richtig auf und dann hat man so einen echt coolen Effekt. Also mir gefällt sie wirklich sehr, sehr gut. Gut, ich bin schon gespannt, weil man kann ja das kombinieren mit der Grundbox von John Dark, vielleicht auch mit der Erweiterung, wer weiß. Wenn die mal irgendwann rauskommt, bin ich gespannt, wie sie das gemacht haben, dass diese Charaktere dann auch dort einsetzbar sind. Denn ich habe nicht die englische Box gekauft. Ich warte auf die deutsche, ich hoffe auf die deutsche. Und wenn die Spieleschmiede das dann halt rausbringt, dann werde ich wohl zuschlagen müssen, weil ich einfach dieses Bemalen dieser kleinen Miniaturen unglaublich entspannt und wirklich auch schön finde. Wenn die in die Vitrine wandern, dann kann ich mich nur freuen, weil das wird echt ein schöner Anblick. Hier nun der Bösewicht. Ups, ja, ihr seht's. Der Bösewicht ist riesengroß. Ich werde jetzt erstmal die Kamera umstellen müssen, damit ihr seht, wie groß. Und dann zeige ich euch das nochmal mit einem 10 Cent Stück. Tja, um diese nette Kreatur wird man sich noch kümmern müssen. Ich finde das Modell unglaublich cool. Ihr merkt schon, ich liebe die gesamte Box. Sie hat echt was Wertvolles. Es ist ein Spiel, was ich am Anfang wirklich nicht gedacht hätte, dass es ein richtig gutes Spiel ist. Es ist einfach auch ein Spiel für Rollenspieler, muss man dazu sagen. Wenn man jetzt selbst mal, ja, was spielen möchte, wo man vielleicht auch alleine ist, dann kann man das auch sehr gut verwenden. Ich merke schon, ich habe hier wieder mal ein, zwei Schnitzer drin, die mir nicht gefallen. Man muss dazu sagen, ich bin ja so ein fauler Mensch eigentlich. Also faul in Vorbereitungssachen. Das bedeutet, ich hätte hier natürlich echt eine Menge abkleben können, bevor ich mit der Airbrush rangehe. Aber da mich die Airbrush meist sowieso ärgert mit dem Saubermachen oder dass sie dann irgendwelche Tropfen spritzt oder sonst was und ich irgendwie gar keinen Bock habe, das immer alles abzukleben, obwohl ich Knetmasse da habe, die sich da ranschmiegt und die man dann wieder reinschmeißt in den Topf, vergesse ich das häufig und bemale. Ja, deswegen seht ihr hier vielleicht den einen oder anderen schwarzen, schwarzes Überbleibsel an den Schwänzen zum Beispiel von dieser Kreatur. Da habe ich dann leider wieder mal gefuscht. Ansonsten auf den ersten Blick würde ich sagen, gefällt mir das Ding einfach richtig gut. Ich habe die Flügel auch lila gehabt und habe dann eine Menge Hautfarbe mit reingearbeitet und habe dann immer wieder ein bisschen helleren Ton. Erst habe ich mit Gelb nochmal in die Flügel reingesprüht und dann habe ich Hautfarben, Ton genommen, um diese Flügel den gewissen Touch zu geben. Ich hoffe, die Kamera sammelt das gesamte Bild so ein von den Farben. Die Kutte ist nämlich genauso entstanden, dass ich mal wieder irgendwo graue Farbe hatte. Die habe ich raufgesprüht, dann habe ich ein bisschen gehighlighted mit einem neuen Ton, den ich übrigens bestellt hatte. Da habe ich mich ganz schön gefreut, weil der ist ein richtig schöner Ton. Damit habe ich nämlich die nächsten Miniaturen auch schon bemalt, die so ein bisschen ins Chaos gehen. Also Chaos Nurgle. Nurgle Chaos, super geil, super Minis. Werdet ihr bald sehen, ich arbeite da dran auf jeden Fall und die machen auch unglaublich viel Spaß zu bemalen, weil gerade Nurgle ist ja so, da kann man echt eine Menge finsteren Schwachsinn machen und das sieht geil aus. Und ja, hier das Schwert auch in dem gleichen Stil fast wie die Kutte, wollte ich unbedingt so machen. Und habe dann aber nochmal mit Schwarz das alles ein bisschen nachgezogen, dass es eine Tiefe gibt. Hier auch bei dem Mantel, die schwarzen Löcher, die hat man wirklich, also man sollte sich die Zeit nehmen und dann nochmal mit einem schwarzen Ton ranzugehen und das wirklich alles nochmal auszumalen, weil dann wirkt es auch erst richtig. Vorher habt ihr halt eine Kutte und jetzt habt ihr wirklich ein Wesen der Finsternis, das euch bekämpfen möchte. Genau hier in der Mitte seht ihr diese schwarze Öffnung, da kann ich euch auch nur empfehlen, nehmt eine schwarze Farbe, nehmt euer Schwarz, nehmt euren Pinsel und geht das bitte nach, weil nur dann sieht die Miniatur auch dementsprechend düster aus. Und ich hoffe einfach, wenn, ja, wenn alle Stricke mal reißen und wir endlich mal durch Destinies durch sind, dass wir diesen Endgegner haben und ich bin gespannt, ob wir den überhaupt besiegt bekommen. Denn eins ist ganz klar, das ist ein echter finsterer Gegner. Ja, das war Destinies. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schmeiß euch jetzt zum Ende hin noch ein paar Bilder rein. Da könnt ihr aber eine komplette Truppe, das komplette Paket sehen. Ich bin echt gespannt. Ihr wundert euch wegen dem Vorhang da hinten. Ja, ganz einfach, ich konnte jetzt wirklich an meinem Stammplatz nicht mich hinsetzen, weil da hinter dem Vorhang ist alles voll mit Rollenspiel. Ne Spielplatte steht da drauf und ich habe alles noch nicht wegräumen können, weil wir gestern noch zum Geburtstag waren. Ja, Corona, es passt wieder vorbei. Wir sind durchgeimpft, also lasst uns Party machen. Ja, nee, nicht so wirklich, aber ist schon in Ordnung, wenn wir uns langsam ein bisschen wieder daran gewöhnen, dass wir halt mit anderen Menschen noch zu tun haben. Deswegen letztes, gestern war dann auch wirklich so endlich Rollenspielgruppe nach zehn Monaten. Herrlich, so viel Auftanken an Freude und Spaß hatte ich die letzten zehn Monate gefühlt nicht zusammengezählt. Und wir haben so viel gelacht. Egal. Destinies ist ein cooles Teil. Wenn ihr Bock da drauf habt und wenn ihr Lust habt, dann gebt ein Abo oder einen Daumen hoch oder schreibt was in die Kommentare. Natürlich, das ist immer eigentlich das Wichtigste. Ich weiß, die letzten zwei Kommentare habe ich noch gar nicht beantwortet. Muss ich noch unbedingt machen. Aber wenn ihr Lust habt oder Fragen habt, natürlich über Destinies oder wie ich was gemalt habe, dann einfach rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche Sonntag. Ich weiß, mittlerweile ist es fast nur noch Sonntag. Ich versuche es ordentlich hinzubekommen, dass ich mal wieder auch was anderes mache. Aber nächsten Sonntag, verspreche ich euch, gibt es wieder ein gespielt XL. Und da sind echt einige Spiele. Ich glaube, 21 Spiele, die ich vorstelle, die ich euch zeige. Auch wieder richtig viele neue Sachen und so weiter. Auch ein paar Enttäuschungen leider. Aber da seid gespannt. Habt viel Spaß damit. Schaut vorbei. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen restlichen Sonntag. Macht's gut. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin. Euer Tico. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF.